Die Racehawks. Oder die RG Hamburg. Wer macht hier heute das Ding? Ja, die 7998. Die Pia Vollmer an der 1. Aber der Himmler, Dana Schulz, greift jetzt an. Oh, sie kommt aber gut durch hier. An 3. Position. Das ist die 232. Paula Schabe. Geht hier mit aufs Päckchen. Vollmer oder Schulz. Racehawks an 1, dann 2 Hamburg und dann 3.